Es ist echt super nett wenn du es belaubt bist und weil hier nicht gebaut werden darf logischerweise hat sich die Natur hier in den Raum zurück erobert. Ziemlich nice. Wirklich ziemlich nice. Hier kann man auch echt ein paar guten Pieper sehen. Das ist etwas toll übrigens. Gleich geht es weiter. Da hinten ist dieses Mahnmal aus Stahlbeton. Übelst lang, übelst hoch. Ich erzähle euch vielleicht wenn ich da bin noch ein bisschen was dazu aber vorher zeige ich euch noch mal. Also hier in dieser Bucht hier vorne ist die Weser und da ist diese Bucht und die ist tatsächlich von Menschenhand geschaffen weil irgendwie wollten die ja diese Boote die produzieren wollten hier aus dieser Bucht raus, über die Bucht rauskriegen in die Weser und dann natürlich in die Nordsee. Dazu kam es nie. Aber ich möchte nicht wissen was das für eine Plackerei gewesen ist und die armen Schweine die das hier machen mussten. Einfach traurig. Naja wir gehen da mal hin.